Hallo? Das ist hoffentlich nur ein Wildschwein. Aber was hat jetzt hier die Geräusche so gemacht? Kann ich eigentlich hier rein? Jo, hier kann ich auch rein. Aber gruselig. Scheiße, lass mich raus, lass mich raus! Warte, wie's aussieht. Wow! Als wenn ich hier lang surfe, wie Silver Surfer. Was ist das? Okay, hier kann ich rausgucken. Kann es aber auch sein lassen. Na gut, okay, dann setzen wir mal. Press C to take camera. Camera Core. Press E to set up camera. So, okay, dann setzen wir mal. Oh, ich hab Angst. Ich wollte lieber die Rifle raus. Press 1 to take rifle. Warum sagt der mir das jetzt? Also, ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch in Spielen auskennt. Aber wenn mir einer sagt, ich soll die Waffe rausholen, dann... Dann ist irgendwie Böses im Busch. Und zwar in diesem. Hallo? Alter, ist da eine fleischfressende Pflanze drin? Guck mal. Auf dem Boden sieht aus wie eine fleischfressende Pflanze. Wenn du da reinläufst, klappt die zu und dann kommst du nie wieder... Alter! Oh, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn das Reh? Alter. Chillt doch mal alle, ey. Da ist ein Wildschwein. Ich bin ja jetzt schon fix und alle. Oh, wie viele Tiere hier auch sind. Na gut, na gut. Alter. Egal, wir müssen glaube ich eh alle einschalten. Wie viel haben wir denn noch? Achso, warte mal, scheiße. Wir haben ja nur 6. Das ist doch noch viel mehr als 6. Oh. Okay, dann machen wir hier noch eins hin, glaube ich. Nein, vielleicht ganz gut. Oh. Hier ist eine Vorderstelle. Ähm. Warte mal, das zeigt da hin. Da hinten haben wir aber auch schon eine. Obwohl hier sehen wir eigentlich ganz schön viel. Das heißt, hier wäre es eigentlich ziemlich gut. Ich würde mir hier eine hinsetzen. Warte mal. Ah, kack. Tablet Computer anmachen. Tuck, tuck, tuck. So. Warte mal. Also ich mach jetzt. Ich wollte jetzt mal hier langlaufen. Da hinten mach ich auf jeden Fall noch eine rein. Oh. Alter. Scheiße. Bist du behindert? Ich schieße dich gleich ab. Alter. Das hier hat mich so erschrocken jetzt. Oh, was ist da oben drauf? Da ist da irgendwas. Alter, hier gibt es irgendwas. Zeig ich mal. Achso. Das ist, das ist nur da lange. Okay. Warte mal. Da. Da wollte ich das hinmachen. Ah. Guck mal. Hier ist auch eine Fotostelle. Okay. Was ist hier nochmal dran? You can not set up more than five cameras. Ne. Warte mal. You can not set up no more. No more cameras. Das würde ja Sinn ergeben. Aber no more cameras. Okay. Ähm. Mist. Okay. Wenn wir die da oben. Ich glaube ich mach die da oben wieder weg. Warte mal. Können wir wenigstens da unten eine hinsetzen. Weil so ist mir das nichts. Da haben wir gerade mal zwei bei unserem Camp. Aber wenn das da. Wenn das Vieh da ist. Äh. Ist es ja schon zu spät. Weißte. Alter. Mann. Diese Viecher erschrecken mich immer wie zack. Und was mir eben auch. Aufgefallen ist. Da unten läuft irgendwie so ein Timer. Ja. Also links ist ja unsere Lebensanzeige. Rechts ist Tablet. Und in der Mitte ist da so ein Timer. Der zeigt 15 Grad an. Das heißt. Wir haben nur noch 15 äh. Was auch immer Minuten. Oder was. Kann ich die wieder. Ja. Pick up camera. So. Aber dann setze ich die jetzt erstmal da unten rechts. Seht ihr das. An unserem Camp. Da unten rechts. Da ist noch was frei. Da setze ich die jetzt erstmal dran. Obwohl eigentlich könnte ich die beiden da oben auch weg machen. Fällt mir gerade ein. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Dass wir die alle so um unser Camp halt drum rum haben. Weil wenn die nämlich wirklich wie ich das gesagt habe ausschlagen. Dann haben wir ja halt eine ziemlich gute Chance. Dass wir das Vieh dann auch schon vorher hören. Weil wenn es dann von rechts kommt. Dann ist die erste Kamera ja gerade mal so ein paar Meter. Alter. Von unserem Camp. Entfernt. Ah yo. Ach guck mal. Da sind. Ah. Das geht direkt da auch runter zum Camp. Please select camera. Mach mal hier noch einer dran. Alter was geht denn? Okay. Gut. Jetzt haben wir die alle. Ja. Komm das müssen wir reichen. Müsste reichen. Ich muss erst mal gucken wie das hier alles funktioniert. Die werden wir dann wahrscheinlich eh noch. Ähm. Eh noch wieder abreißen müssen. So. Und ich denke mal. Das Vieh ist ja immer noch hier drin. Ähm. Und ich denke mal wir müssen jetzt hier in den. Truck rein wieder. In den Wohnwagen. Und dann hier Tag eins wenden. Oder so. Irgendwo war das ja. Do you want to skip this day? Yes. Hoffentlich bleiben da unsere Kameras alle bestehen. Hallo? Oh. Ach du Scheiße. Wie. Okay. Warte mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und ich würde sagen. Wir begeben uns direkt in die Welt von Rake. Und lassen uns überraschen. Ja. Ja.